XMG Tippeln darauf, so rum! Ja, das ist eigentlich schon ziemlich geil gemacht, das gab es sonst kaum bei dem Spiel. Ich glaube, The Legend of Zelda hat das ja auch, dass der dann so automatisch die Treppen immer komplett ging. Da kam aber auch dieses Geräusch. Das ist genau das gleiche, nur ein bisschen anders gepitcht. Generell haben die grafisch und sowas hier ziemlich viel gemacht. Ich meine, du musst dir mal angucken, dass das Wasser unterschiedliche Animationen hat, egal wo du hinguckst und sowas. Das sagt man aus der heutigen Zeit, sagt man so, ja, aber Leute, das ist alles handgemalt im Hintergrund. Also die sind nicht immer einfach so, wir generieren das jetzt irgendwie, da ist jeder Pixel von Hand gesetzt. Oh, hey, scheiße! Goblins! Wer hat das gedacht? Ja, er hat ein Schwert vor allem und wehrt sich nicht, ne? Das ist ja auch immer so das Geile daran. Aber diese Gags, diese Anspielung hier mit diesem Goblindorf, das ist ja ein Secret an sich. Geheimnis. Ist das? Ja, ja, das ist ja, das ist ja eine alternative Route, ne? Das ist eine alternative Geschirrweise. Normalerweise musst du dir diese Ninja-Wölfe halt kloppen um das Mädel. Stimmt! Stimmt, je nachdem was du machst, aber das hatte ich auch immer hier. Ja, ja, weil man manuell halt zum, wenn man mit den Kanoni nimmt, dann kommt das ja nicht. Dann läuft man den Weg nicht und dann lauern einem Goblins auch nicht auf auf dem Rückweg. Ja. Die Lindenstraße fängt an. Das ist sowas, was ich meine, was sie in der deutschen Übersetzung eingebaut haben. Die waren da ein bisschen komisch drauf, die deutschen Übersetzer. Ich sag mal so, die sind da wirklich damals, die haben das auch nicht für voll genommen, hab ich so manchmal das Gefühl. Ja. Guck mal, und was ich auch geil finde, wie einfach die den jetzt aus dem Topf kriegt, und er selbst kommt nicht raus, gell? Ja, ja. Vor allem das Wasser müsste ja auch kochend heiß sein, der schreit auch nicht oder so, und das ist ja schon Lava da drinne. Ja. Das ist aber so Sachen einfach, das darf man echt nicht krumm nehmen. Wie gesagt, das Spiel nimmt sich selber auch nicht ganz für voll in der deutschen Version. Ja. Obwohl es eigentlich ein sehr tragisches Ende hat. Hat's auch, auch zwischendrin, auch die ganze zweite Hälfte eigentlich. Ja. Obwohl es jetzt so lustig, fröhlich, bunt losgeht, ne, wenn man dann in das... Ah, ich will's nicht spoilern, nein. Ich will Spoiler nix. Ne, 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 ich Spoiler hast nicht. Ja, du. Ich such jemanden, also genauso jemanden wie du nicht oder irgendwie. Ja, ja, ja. Unglaublich, hübsch. Einfach zum Knuddel süß. Er ist genau das Gegenteil von dir. Nein, so. Ja, da steht er ja. Wie bitte? Voll gedisst. Ja, in Super Nintendo spielt wird schon gedisst, bevor es cool war. Sie ist in Richtung Pandoria gegangen. Ja, da sollen wir ja auch hin. Wo wir vorher nicht rein durften. Das hab ich euch ja auch damals gezeigt. Ähm. Aber dieser Input-Lag hier an diesen Ecken. Der ist geil. Ich hau diese Blumen einfach, weil ich's kann. Ah. Ja, Input-Lag. Es ist halt, ja. Schön zu machen, ne? Es ist Hard-Mode. Vielleicht stellen wir's doch mal auf UDP um irgendwie da. Und gucken, ob's da drauf ist. Das liegt nicht am Port, glaub's mir. Das ist... Da bin ich am Port vielleicht. Ich glaub... Wobei, ich glaub einfach... Es liegt einfach an Hamachi wahrscheinlich auch, weil Hamachi ja auch nicht so... bekannt ist für, ich hab den geilsten Ping. Also wenn ich über Hamachi irgend'n Spiel, über Hamachi spiele, hab ich immer so... Hamachi-Zeugs eigentlich. Warum können wir nicht Port weiterleitung machen? Direkt? Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das eingestellt kriegen bis zur nächsten Aufnahme, würd' ich sagen, ne? Ja. Das war Port Forwarding über... über... einkriegen über... hier... Firewall und Router und so. Das probier'n wir mal aus, dann. Ja. Weil jetzt gehen wir ja über diesen komischen Hamachi-Server, das ist ja am Arsch der Welt irgendwo. Ja, ja, deswegen. Das probier'n wir nächstes Mal aus. Ja, ne... wir werden schlauer mit der Zeit. Es ist für uns beide das erste Mal, dass wir das überhaupt hinkriegen, dass wir dieses Netplay haben. Genau. Ah, das... Es war schon aufwendig genug, ja. Ich sag mal, das war auch grad so eine schöne Sache, was man grad gesehen hat. Man konnte die Gegner anpacken, die haben direkt keinen Schaden gemacht. Das war auch was Neues. Das damals sonst, wenn man irgendwie Jump'n'Run oder sowas hatte, es war ja immer so... Weil du die Gegner berührt hast, damn it. Genau. Und hier sind das halt normale Gegner, die auch ne Attacke machen müssen, oder? Du kannst ja die... die NPCs rumschieben. Trinkt zwar nix, aber geht. Ja, es gibt aber auch NPCs, die sich gerne mal in ein Gegengestellende. Gerade dann, äh... Weil die laufen ja random. Also die haben wirklich ne... den Random-Befehl drin und bewegt dich. Das ist so, als würde nach jedem Schritt, den sie tun, einen Würfel geworfen, ob sie jetzt in eine andere Richtung gehen sollen. Wahrscheinlich ist das letztlich auch so. Ja, ja, das stimmt. Also, es ist zwar nicht wirklich jeder Pixel von Hand gesetzt, aber die Hintergründe sind von Hand erstellt. Ja. Und da... Oh, Mädchen! Niemand außer mir kann über mein Leben bestimmen, Vater. Hey, Zwergfutter, sag bloß du bist ein tapferer Ritter. Ja. Wegen diesem Schwert. Vor allem diesem Schwert. Das ist nur das Manerschwert, eins der mächtigsten Schwerter auf der Welt. Ja, genau. Die Hexe. Jetzt müssen wir ins... Wald. Ja, genau. Wir... Wir sollten... Wenn du runter gehst, ne? Äh... Gib dir mir hier einen Namen. So, jetzt... Ich glaube, jetzt muss ich eingeben, ne? Noch für dich. Noch darfst du... Äh... Lass mal überlegen. Äh... Lena. Na, wenn schon Lena. Lena. Ich... 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 Ich muss überlegen, wie man den dritten Char nennt. Oh, ich bin immer noch für blöde. Allein wegen ihrem Wortfits auf ihren Namen. Der immer gleich ist wohlgemerkt. So. Ja. Dann heiß ich Lena. Na dann. Max ist dabei. Dann darf ich. Jetzt darf ich steuern. Jetzt darf ich steuern. Jetzt darf ich steuern. So, jetzt Select musst du dir drücken. Hab ich, aber irgendwie. Hast du dich auch auf Port 2 gesetzt? Probier's jetzt mal. Also, ich kann wechseln. Ah, jetzt. Ich muss Start rücken. Ah, Start. Oh, leck, ey. Hammer. Egal. So, Viktor muss wer... Ah, der läuft vor die Wand. Jetzt läuft er automatisch. Sehr seltsam sind. Die nächste Tour entzieht den Menschen die Lebensenergie. Wir haben mit niemandem gesprochen, keinen gesehen. War trotzdem alles Arschlöcher. Der eine lässt uns ja eigentlich nicht rein. So. Ey, die Rolle von diesem Typen hab ich noch nie kapiert. Was macht der eigentlich? Außer sinnlos rumhüpfen. Viktor ist sowas wie ein Navi. Der sagt dir immer, was du zu tun hast, wenn du ihn triffst. Das ist so der TomTom des Spiels. So, Max kann jetzt übrigens hier selber steuern. Ja. Also das ist hier halt wirklich eine Sache, was das auch auszeichnet. Man kann die ganze Zeit seinen eigenen Charakter steuern. Und nachdem es später auch noch einen dritten Charakter gibt, kann man dieses Spiel im 3-Spieler-Koop spielen. Ja. Eines der wenigen, wo das ging eigentlich. Ja, vor allem ich hatte diesen Adapter auch als Kind mir dazu geholt, damit das ging. Und dann haben wir wirklich zu dritt durchgespielt. Keiner von uns konnte lesen. Und wir haben den Mana-Drachen am Ende, ohne Mana-Ying und Mana-Yang zu aktivieren, totgekloppt. Drei Stunden lang. Du hast nichts verraten, ja. Das hab ich schon lange verraten. Ja? Ja, ja. Das hab ich schon... Ach, Max geht ins Spiel. Nimmst du die Lanze oder was? Oder willst du Kung Fu? Ich wollte eigentlich. Ja, dann nimm die. Also bei mir hat das Mädchen immer, also sie, Lena in diesem Fall, die Peitsche gehabt und die Kobolde immer die Axt. Weil ich find so ein Zwerg und eine Axt, das gehört einfach zusammen. Das passt, ja. Wobei manche Waffen halt einfach mal besser sind als die anderen so. Ja, die Axt ist eine der mächtigeren Waffen eigentlich im Spiel. Also ich fand, die Lanze hat halt den Vorteil, du kriegst halt so, wenn du dich auflädst, hast du halt die übelst übertriebenen rumspringenden Dinger. Ja, ja, die wirbelt sich dann so und dabei dreht sie sich und streckt die Lanze komplett aus. Also die hat damit die größte Reichweite im Prinzip. Also so rundum Reichweite. So, jetzt wird's interessant. Es ist alles Echtzeit hier. Oh! Und? Er kriegt gleich aus dem Maul. Ja, ey, ich hab gedrückt, aber das war zu spät. Oh, jetzt belagern sie alle seine Leiche. Fuck. Ey. Oh. Ich hab übertrieben, übertrieben, übertriebenes Rumgelenke hier. Wir müssen dann auch grad mal ein bisschen, ein bisschen Heal-Zeugs einkaufen. Ich hab noch ein Bonbon. Ich wollte jetzt eigentlich im Mühlendorf, hier im Mühldorf da oben das erstmal einkaufen gehen. Ja, das kann man machen. Weil da gibt's dann gleich schon die besseren Sachen. Ah, jetzt schlägt's mir den weg. Ah, ich renn wieder rein. Oh, ich krieg gleich mal ein Gift in die Fresse. Sauber. Ich brauch jetzt erstmal Level-Up, ja. Ja, kriegst du ja fast 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 eigentlich. Ja, Gift ist halt scheiße, so ein bisschen. Da, guck, da hast du dein Level-Up. Das ist das Schöne, wenn jetzt ein Spieler stirbt, der rennt dann so als Geist hinter dem anderen her, bis der sich mal erbarmt. Hier hast du Lebenswasser. Man kann da auch sehr ganz gut Taktik machen. Der eine haut den Gegner halt runter und dann haut man dann immer abwechselnd drauf, dass der Gegner halt so auf der Erde liegen bleibt. Ja, das nennt sich Türken-Kreis. Das wird immer draufgeleitet, wenn's am Boden liegt, so dritt. Boah. Ich bin schon wieder vergiftet. Das ist ein Rex-Kleiner. Nee, bei einem Leben, bei einem Leben hält das... An Gift stirbt man nicht, ne? Nee, genau. Jetzt müsst ihr aber mir das Bonbon reinschmeißen. Ein Bonbon muss man trotzdem annehmen. Na, wir haben zwei. Für jeden einen. So. Vielleicht auch fallen gerade. Ja, okay. Übrigens, ähm, Rasenmähen bringt in diesem Game im Vergleich zu dem Zelda auf dem Super Nintendo nichts. Ja. Es ist, es ist, glaube ich, nirgends wo was im Gras versteckt, oder? Nee, nee. Natürlich, als Kind haben wir auch immer nur geglaubt, weil es wird irgendwann mal gesagt, das Schwert wird durch Benutzung besser. Also ich meine ja dieses Aufleveln der Waffenaufladung. Und wir haben gedacht, okay, wenn du jetzt, äh, das Schwert benutzt zum Rasenmähen, dann wird das Schwert besser. Dann haben wir uns wirklich die Arbeit gemacht, jedes dieser Flächen, die es hier irgendwo im Spiel gibt, einmal abzumähen. Okay, das ist natürlich dann scheiße, ne? Da bist du ja übertrieben beschäftigt auch. Ich hab das aber auch gemacht. Ja, allein weil's ging, das war damals neu. Vor allem ist es so ne Fläche. Okay, er entschärft die Falle. Ja, es können auch Fallen in der Truhe sein. Heilkräuter! Heilkräuter drinnen. Vergiftung oder Verbrennung können wir damit heilen. So, jetzt hat sich jeder heingenommen. Geht's nicht mit Input, Leck, Hammer ey. Ja. Wie gesagt, wenn wir es vielleicht ohne Amachi das nächste Mal hinkriegen. Dann leckt's auch nicht so, 100 pro. Ah, jetzt mag's aufladen. Ich lanze auch, wobei die erste Lanzenattacke war, äh, boah, es leckt, Moment, es leckt. Okay. Die erste Lanzenattacke war nicht so geil, glaub ich. Ne. Die erste und zweite Schwerenattacke ist schon ziemlich geil eigentlich. Ja. Boah. Er steht da vor und lässt seine, erstmal ganz gechillt, dreht die Waffe, macht nix, weg. Und wenn man halt aufgeladen ist, läuft man halt so wahnsinnig schnell hier. Achtung. Bam. Platz. Ja. 25, also du machst auch keinen Schaden. Ja, ich bin aber Level 2 oder so. Aber du bist auch ein dürres Mädel, also. Normalerweise ist das auch, wie gesagt, eigentlich immer so die erste Trainingssession, die man macht, eine Levelsession. Man läuft hier den Elfenteich einfach hoch und runter, so, äh, sieben bis zweihundert Mal und dann hat man ein angenehmes Level. Ja, aber das machen wir jetzt alles nicht. So. Mühlendorf. So, dann lass mal einkaufen. Ja. Genau. Hier mal einkaufen. Du, 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 du. Ja, du sollst die Dorf wohl da nicht mitschleppen. So. Oh, diese komischen Dance-Typen mit dem Turban da. Jaja. So, jeder, den wer anspricht, kann übrigens einkaufen. Das heißt, wenn Maxi jetzt ansprechen würde, dann... Also, du kannst aber auch einkaufen für mich. Jaja. Kaufe mal dieses komische Kleid da. Ja, das Kleid kostet unendlich viel. Echt? Ja, guck dir das mal an. 3. Ah, jetzt. Okay, passt. Ähm. So, ich muss jetzt erstmal uns ausrüsten und dann muss ich was und so einsam verkaufen, dann können wir uns die neuen Sachen holen. Okay. So, jetzt haben wir nämlich nur eine Rüstung. Kleid. Okay, die Schleife bräuchten wir für dich auch noch. So, und... So, jetzt verkaufe ich mein altes Zeug. Kann ich die Kette nicht auch anziehen? Mega. Doch, doch, gleich. Verkaufen. So, jetzt... Weg damit. Ja. Jetzt fehlen echt 2 GM. Für die... Super. Ah, der verkauft die Heilkräuter noch oder so. Jaja, komm. Ich hab jetzt auch keinen Bock dafür. Das Bomber brauchen wir noch eventuell. So. Ja. Und... Kaufe jetzt noch die Rüstung, damit... Max nicht gleich wieder one-hitted wird. Ne, falsches Item. Da. So. Wie viel kostet das Kleid? 120. 350. Aber es hat auch 12 Verteidigungen. Also 2 Verteidigungen mehr als dieses Ding für 120. So, jetzt muss ich ausrüsten. Hm. Jetzt gucken, ich will erstmal ein bisschen die Steuerung wieder gucken. Ne, Quatsch, die Kleidung. Ne, Quatsch, die Kleidung. Ich mache, ne? Ja. Ja. Genau, Kleidung. Genau, und dann noch hier den Armband. So, das war's auch schon. Kopfschmuck haben wir für dich jetzt noch nicht. Okay. Okay. So, dann sind wir eigentlich auch fertig hier. Dann sind wir jetzt ein bisschen equipped. Dann sind wir hier fertig. Den Rest, man kann hier natürlich im Dorf rumlaufen mit den Leuten labern, aber... Ja. Die sagen immer nur so schöne Sachen wie, hey, ich bin heute morgen aufgewacht. Ja, super, genau. Ganz tolle Dinger. Haha, sowas offensichtlich, ja? Na, schön. Na, und weg mit dir. Einfach, weil man's kann. Na, jetzt müssen wir zum Elfenteich. Ja. Und dann gleich einmal kurz ein Sex im Wäldchen den Abstecher machen. Oh, falsche Richtung. Wo dann die Pokémons rumlaufen. Da merkst du das Problem bei Hamachi wirklich, weil, ähm, also es ist jetzt die Frage, wie die das gemacht haben, aber ich denk mal, wir werden komplett über den den Server geschleift noch zwischendurch. Ja, wahrscheinlich. Weil wir beide müssten ja eigentlich zu uns recht schnelle Verbindungen haben, eigentlich so, keine Ahnung, 30 Millisekunden oder so. Ja. Ja, normalerweise kann man da runterhauen, obwohl das unten sind die Gegner. Ja. Ja, aber das geht irgendwie hier grad nicht. Lass dir noch bashen hier. Ah, voll daneben. Ähm, mach den da unten mal fertig. Äh, halt, man muss ein bisschen kloppen, was so geht, weil ein paar Level brauchen wir auch. Ja, also wir können nicht komplett an den Gegner vorbeilaufen. Das Game ist sehr levelabhängig, also wenn du da ein zu niedriges Level hast, dann ist schlecht. Oh, ja, da gab's aber auch, hier, hab ich ja auch, Terranigma, die Hexenkönigin in Spanien. Ja, da brauchst du erst, ich glaub, 24 oder so, dass du ab Damage machst, eh. Genau, du brauchst, das ist so, das erste Ding, das ist so, hey, du hast nicht gelevelt, ich hau dir eugenadenlos aufs Maul. Ja, wobei es gibt ja so, so Speedruns davon. Ja, du willst darum, ich will darum. Und dann irgendwie das mit Level 5 beenden und so. Ja, das ist auch ne Kunst, weil man immer nur ein Schaden macht, dann ja zum Schluss. Ja. Ja, übrigens, ähm, diese Pflanzen kann man nur mit einem Bitter Schwert oder mit der Axt. So, und, äh, ja, da ist Level 4. Ja, du kriegst jetzt ja noch Level um, oh, angeschmissen, wie sauber du ja Level 1 warst. Oh, das macht so Bock, das wieder zu spielen, ja, das ist... Mhm. Ja, und sobald wir die Performance im Griff haben, dann auch, dann... Ja. Ich sag mal so, ich glaub, der Kuscheltiger wär der erste, mit dem wir wirklich Probleme kriegen würden. Ich, ich denk, das Ding ist wirklich schwierig auch gewesen am Anfang, wenn man nicht das passende Level auch hat. Mhm. Jetzt, das kriegen wir hin, weil wir... Boah, da ist dieses komische... Ah, Raffi. Ja, ähm, als ich den neulich das erste Mal gesprochen hab, ne, der sagt ja auch immer so Miau, da steht er ja wirklich im Text drin, ne. Äh, kennst du diesen Film, State Trooper oder sowas heißt der ja, keine Ahnung... Da gibt's so einen schönen Film mit dem Miau-Spiel. Das ist so, das ist so eine Bullen-Komödie aus Amerika, die ist auf... Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die halten halt Leute an... Das sind so Highway Cops, die halten auf jeden Fall die Leute die ganze Zeit an. Und dann sagt der eine von den beiden, während sie den Befragenden angehalten, immer so, Miau, Miau. Ist das irgendwie irgendwas? Nö, irgendwie nicht, der ist ja auch sowieso überteuert. Aber speichern! Ja, komm ey, wir sind doch nur grade einmal durchs Portal. Einspeichern. Haha, ich bin von der Bogenratte weggelaufen. Speichern. Ja, du steuerst jetzt, ne, nicht ich. Ja. So. So, weg da, blöde Bogenratte. Ja, die heißen das Lichtbogenratten, da steht's. Ja. Ähm, der... Die haben ja auch generell die Gegner ja sehr frei übersetzt bei ganzen Sachen auch. Ja. Also im englischen Original, da muss man sagen, da haben sie da den Witz gehalten. Da haben sie die Gegner super benannt. Die englischen Original haben sie teilweise zum Tod lachen. So, wir wollen ja nur diesen Trigger hier gerade auslösen. Ja, generell, die Gegner heißen halt ja auch teilweise richtig bescheuert. So die Chaos-Ente und so, Dinger. Ja. Ah, die Chaos-Ente, da werdet ihr euch nur so kaputt lachen. Es gibt also die Gegner, die sind wirklich witzig. Ja. Okay, hier brauchen wir eine Axt. Ja, wer hätte das gedacht? Das haben wir noch nie gesehen. Ja. Jetzt gehen wir zum Elfenteich, um uns von den Zwergen eine Axt zu holen. Wo wir von Anfang an eigentlich hinwollen, aber hier... Herr Max muss ja unbedingt mal ihren Verlobten retten gehen. Ja, deswegen. Jetzt hat sie es auch eingesehen. Oh. Dass es nicht so sinnvoll ist, dann... Ey. Haha, Max, ey. Ja, ich weiß nicht. Ich denke immer, ich schaff's noch rechtzeitig, aber... Ja, dieser Input-Delay, ne? Ja, mach mal auf hier. Also wir werden jetzt hier ein bisschen Gegner bashen, weil wir einfach ein bisschen leveln müssen. Schon wieder ein Level-up, ey. Es ist übrigens egal, wer was killt, die Ex wird geteilt. Ja, genau, das wird ganz gerecht geteilt. Und es ist auch nicht egal, wie viele es sind, es geht eigentlich gleich viel. Das heißt, es wird nicht weniger dadurch. Ja. Was immer ist, der Junge wird immer das höhere Level haben. Und der hat auch die meisten Leben. Ja. Das hat aber... Dafür hat er aber auch andere Nachteile, die halt später im Spiel halt deutlich werden. Ja. Wenn wir da den ersten Patronen treffen. Generell wird's so sein, die Tussi ist halt hier... Ich seh das jetzt aber mal so... Ist halt für Heilen zuständig und Kloppen. Der dritte Charakter für Damage, Zauber und der andere halt für Nahkampf und Aushalten. Ja. Der Junge ist der, der im Prinzip sich so wie der Krieger bequem aus dem Fresser und Level in World of Warcraft. So um den Dreh könnte man das vergleichen. Ja, ne. Der Tank, wie man das so schön sagt. Oh, ja. Und da ist er schon blau in der Fresse. Die halt Kräuter verkauft. Ja. Ja. Ja, komm. Das ist jetzt nicht so, dass ich das Gift gleich umbringe. Ja, die haben jetzt auch schon genug Level für diese komischen Gegner hier. Ja. Ja. Ja, hier also für den Elfgleich sind wir grad über. Ja. Übrigens noch mal was zum Kampfsystem. Ihr seht immer. Also ich schlag jetzt nicht so hier sinnlos drauf, weil das kein Damage macht. Dann sieht ja unten immer die, die so, was ich bis zu 100% auflädt. Das ist so quasi Kraft sammeln und zuschlagen. Ja, ich sag mal, wenn man so permanent einfach irgendwo drauf prügelt, das ist dann wie so ein Dreijähriger ungefähr. Das kennt man ja. Also das bringt auch nichts. Also das braucht später echt, vor allem wenn man Koop spielt, schon ein bisschen Taktik, dass man nicht zusammen auf die Gegner drauf springt quasi. Und das dann kommt jetzt zusammen. Also der Schaden der Zauber wird ja addiert. Ja. Das schon, aber nahkampfmäßig. Muss halt immer gucken, dass du möglichst abdeckend schlägst. Ja. So wie wir es ja eigentlich jetzt auch grad machen. Ja, diese 63 ist auch der Schaden von uns zusammen. Weil von uns macht keiner kritisch 63 auf diesem Level. Also man will halt die Gegner so halten, dass sie nichts machen können. Ja. Das heißt, du musst halt echt immer ein bisschen abnehmen. Na super. Ja, du läufst halt hinter diesen Steinen da im Wasser. Und das hier ist ja wirklich die KI-Falle. So nenne ich ja den Elfenteich immer. Die bleiben hier immer hängen. Ja. Also wenn man hier mit Computer mit Streitern spielt. Ja, weil die erkennen Hindernisse nicht. Die laufen immer, versuchen immer direkt in den Helden herzulaufen. Die haben nur so eine Option, hey, Auto-Follow-HfK, sagt dem Motto. So. So. Was anderes können die nicht. So. 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 So weit war ich ja. So weit war ich ja. Ah, das war's schon, okay. Ja, so weit war ich ja. Das ist ja das, so weit hatte ich gespielt bisher. Ja. Vor schwierigen Sachen lass uns aber dann auch mal den Emulator speichern. Ja. Weil wir, solange wir zumindest noch den Input-Lag haben. Ja, wollen wir ja... Ne, ne, ne. Oh, jetzt hast du gespoilert. Oh. Nein. Ich hab gespoilert, dass das später bei der Treppe hinkommt. Ah, Box. Haha. großartig 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 großartig